ARD Text im Auftrag von Funk Ja, also ich war eigentlich schon immer ziemlich angesagt Ja, ich war ja echt super Ja, ich hab dir gefallen Also mein Bulli und ich haben sie ja echt angetan Hippies sind halt noch lange nicht tot Ja, ich liebe den Hüppiebus Ich bin ja seit einem süßen Bart Aber weißt du, ich glaub, der lebt nicht mehr so lange Ich glaub nicht, der kommt durch den TÜV durch Weißt du was, ich mag keinen Führerschein Und ich glaub nicht, dass du nochmal durch den Führerschein kommen würdest Du machst einen Führerschein, willst du nicht? Ja Was darfst du nun? Dankeschön Entschuldige, ich meine Also wenn du nochmal die Büro machst Ja Dann stehst du auf keinen Fall Ich mach dir einen Vorschlag Wir beide machen einen Führerschein Das kriegst du niemals hin Ich setz dich auf eine Arschbacke ab Gut, ich mach dein Vorschlag, wir machen nochmal einen Führerschein zusammen Ja, abgemacht Wie, du und ich Ja, mal schauen, wer besser ist Dann sitzen wir in einer Okay, alles klar Schauen wir mal, wer besser ist, ne? Dir! Wollen wir nochmal sehen, welches Baujahr beim Führerschein schneller ist Volkswagen, das Auto